Hallo Leute, heute habe ich mal, ja eigentlich wieder ein Unboxing für euch von der Sardcore Reloaded Box. So, ja, warum sage ich Box? Ja, natürlich, weil es keine Box ist. Es ist ein Fan-Bundle für alle anderen, die was anderes erwartet haben. Ich habe da auch am Anfang nicht so drauf geachtet, dass es eigentlich nur ein Fan-Bundle ist und keine Box. Also die Box in dem Sinne wäre dann die Verpackung bzw. der Karton, in dem es verschickt wird. Also mit Box ist es nicht, ne? Naja, aber schauen wir uns doch mal an, was bei diesem Fan-Bundle dabei ist. Wir haben natürlich die Sardcore Reloaded CD, wohlgemerkt. Was haben wir noch? Wir haben ein Armband. Interessanterweise ist das so ein bisschen wie das aus der Flair, weil die Straße nicht vergisst, Box. Wir haben hier Sardcore Reloaded draufstehen vorne und hinten haben wir nochmal ein Logo drauf. So, also, was auffällt, ist, damit ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen könnt, das war das Maskulin-Armband aus der, weil die Straße nicht vergisst, Flairbox. Und das ist das Sardcore Reloaded Armband aus dem Sardcore Reloaded Fan-Bundle, wie man in dem Video ganz gut sehen kann. Das Maskulin-Armband ist deutlich dicker. Das Sardcore Reloaded Armband ist, ja, ich denke, circa halb so groß wie das Maskulin-Armband. Ehrlich gesagt fühlt sich das Maskulin-Armband hochwertiger an als das Sardcore Reloaded Armband. Ähm, ja. Soviel mal zu meinem ersten Eindruck davon. Wenn ihr das auch habt, könnt ihr ja mal eure Meinung dazu sagen und mal sagen, welches ihr davon besser findet. So, ähm, dann haben wir noch ein T-Shirt mit da drinne, in der Größe S. Konnte man sich aussuchen, das finde ich sehr, 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 sehr gut sogar. Ähm, ich meine, sonst kann man das nicht machen, da ist dann immer ein T-Shirt in der Größe L drinne und wenn man dann S, sowas zwischen S und M hat, dann, äh, ja, ist L natürlich immer viel zu groß und damit kann man dann meistens nicht viel anfangen oder man trägt es halt, aber es ist halt viel zu lang, ne. So, und dann haben wir noch ein Sardcore Reloaded Poster. Ah, ich denke, das werde ich euch nochmal abfotografieren oder ich werde euch einfach, ähm, das anders zeigen. Deswegen, im Prinzip ist es genau das Cover, nur in Posterform, also ja, soviel mal dazu. Ähm, schauen wir uns nochmal das T-Shirt etwas genauer an. Wie man auch schon beim Kaufen sehen konnte, da steht Hasta La Vista drauf. So sieht das Ganze dann in echt aus. Qualitativ, ja, ich sag mal okay. Ähm, wobei es halt, äh, Fruit of the Loom ist, also wo ja die Qualität meistens nicht so bombig ist, finde ich eigentlich schade, weil das dann im Endeffekt nur so ein 2-3 Euro T-Shirt ist, also jetzt in der Produktion. Und ja, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr schade, da hätte die Qualität noch deutlich besser sein können, wobei, hier geht es. Aber wie man hier schon sieht, an dem, an dem Haar, ähm, dass hier so ein paar Fusseln schon dran sind. Und ich denke, das wird sich fortsetzen und irgendwann ist wahrscheinlich der gesamte Schriftzug ab, nach ein paar Mal waschen. Aber hier, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video schon sehen kann, aber hier haben sich schon so ein paar Fusseln dran gebildet. Ist nicht sonderlich schön, Qualität hätte besser sein können. Gut, die Box war jetzt, die Box war jetzt nicht sonderlich teuer, aber es ist einfach ein bisschen schade, finde ich. Also ich finde es, ich finde es wirklich schade. So, aber darum geht es ja eigentlich um die Musik. Und deshalb lese ich euch jetzt mal vor, was dort drin ist, aber vorher machen wir das Ganze mal auf. Haben wir hier wenigstens ein bisschen was, ein bisschen das Feeling von dem Unboxing. Ja, schön nochmal das Plastik zu hören, damit wir ein bisschen Feeling hier haben. So, schauen wir uns mal kurz die CD an. Alles ganz schlicht, hat er sich nichts Besonderes ausgedacht, sondern einfach das Cover übernommen, das auf dem Poster geklatscht und das auch auf die CD geklatscht. Und ja. Dann gucken wir uns mal das Inlet an. Auch wieder das Cover. Und hier stehen dann alle Titel. So, dann werde ich euch das jetzt mal so ein bisschen vorstellen, zeigen. Auf 1, Sadcore Reloaded. 2, Straßenpolitik Reloaded. 3, Silber oder Blei. Das konnte man ja schon auf YouTube hören. Das hat er ja schon veröffentlicht. Dann 4, der Pate kommt. 5, Aussage verweigert. 6, Sadcarpone Reloaded. 7, jeder Tropfen. Feed Contra K. Das mit Contra K, das Lied, das wurde ja auch erst auf YouTube gepostet. Habe ich mir jetzt noch nicht so oft gegeben. Also das muss jetzt nochmal ein paar Mal sein. Auf 8 haben wir Hass oder Hass. Hass oder Hass, das hört sich irgendwie ziemlich gleich an. Blöd, das auszusprechen. Hass, denke ich mal, im Sinne von, ja, die Hass oder von Hassen. Ja, gut, machen wir weiter. 9, La Familia. 10, Asoziale Bars. 11, Schädel Basisbruch. Feed Block Monster. 12, Ich schieße Reloaded. 13, Alles wurde gut. 14, Kopf durch die Wand. 2, 15, Rap will ficken. Doch, Punkt, Punkt, Punkt. So, und das waren alle Tracks. Ich freue mich da riesig drauf, mir das Ganze jetzt gleich mal zu geben. Und, ja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Album findet, wenn ihr es denn auch habt. Und, ja, was ihr generell so von zart haltet. Und was ihr vielleicht von meinen Unboxings haltet. Also von den Boxen. Unboxings der Boxen. Jetzt ist es zwar mein Fan-Bundle geworden, aber prinzipiell unboxe ich ja die Boxen. Von den Rappern, die mir gefallen. So, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst und, ja, beim nächsten Mal einfach wieder einschaltet. Also, bis dann, Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.